Nachgefragt Wie wäre dein Selfie-Gesicht, wenn du vom anderen Geschlecht wärst? Schön Gute Frage, ich wäre wahrscheinlich tätowiert und muskulös und groß, so wie Tom Hali ungefähr Gut ausseht Äh, wie ein Wiesel Gagst du mal oder so oder irgendwie die Augen aufgerissen oder grinsen oder irgendwie eine Grimasse Da hätte ich sogar jetzt auch ein Handy Muss ich das jetzt machen? Scheiße Ich bin der Westerbohr Sneakers oder Crocs? Crocs Sneakers Crocs Sneakers 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 Äh, Sneakers Wie wärst du in 50 Jahren? Alt Keine grauen Haare Keine grauen Haare Exzentrische Noch fit und modern, nippig, cool Ich würde wahrscheinlich alles essen, was ich in die Finger bekommen würde Ähm, würde viel rauchen Und würde mir mein Bier am Abend schmecken lassen Boah, 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 was ihr hierher Hollow meat Moin 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 Moin